Joachim Löw hat die Zukunft fest im Blick. Sportlich mit der Nationalmannschaft steht der Bundestrainer vor einem herausfordernden Jahr. Nations League, WM-Quali und im Sommer die verschobene EM. Ein vollgepackter Kalender inmitten der schwierigen Corona-Zeit. Einen Moment der Freizeit nutzte Löw nun, um seinen neuen Dienstwagen abzuholen. In der Dresdner VW-Manufaktur erhielt der Weltmeistertrainer ein Exemplar des ID.3, ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug. Joachim Löw ist bereit für die Zukunft. Auf und neben dem Platz.